Ja, es ist einfach ein Lebenstraum von mir gewesen und dass ich dieses Monoschiff auch machen kann, das ist natürlich noch einmal um ein Glas her, weil ich glaube, das ist einfach ein Highlight im Leben. Da haben wir Hingabe drauf und jetzt haut es hin und ich freue mich total drauf. Und es ist einfach grenzgenial. Ich hoffe, es geht doch mal. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Wir wünschen uns.